Lass uns leihen, lass uns lachen, lass uns träumen, FCB. Lass uns weilen und probleme, versäumen, FCB. Ganz egal, ob du anwählst, ganz egal, ob du anwählst. Oh-Lich, 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 oh-Lich! Okay, Freunde, also, Frank Ribéry hat mich beauftragt, euch noch einige Spieler einzeln vorzustellen. Das machen wir hier mit, natürlich. Und er hat gerade eben gesagt, nein, komm, hör auf. Das interessiert uns leider nicht. Weil er hat unsere Herzen erobert, er hat so wichtige Tore geschossen. Er ist einer, der läuft, bis er die Lunge verliert. Unsere Perle aus Kroatien, Inica! 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 Alter Kömpfer! Wir wollen ganz speziell unsere Jungs, die zur Weltmeisterschaft nach Südafrika fahren, möglichst viel Glück wünschen, Kraft, auf das Deutschland da möglichst weit kommt. Und ich fange einfach an bei den Männern, von denen man das nicht erwarten konnte, weil sie vor eineinhalb Jahren noch...